Hallo und herzlich Willkommen zu Manuel am Abend, der neuen Folge. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Hallo, herzlich Willkommen zu neuen Mal am Abend Folge. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, ein neuer Abend, ein neues Glück, sag ich mal so. Obwohl der heute nicht so glücklich war, wie er eigentlich sein sollte, der Tag. Aber weil ich noch wo gewesen war, wo man wiederum sagen muss, ja, was halt nicht so ganz, ja, gut war. Ja, und weil ich jemandem eine letzte Ehre erwiesen habe und auf seiner Beerdigung war, ja, schade eigentlich. Aber was willst du machen? Ja, ich muss damit leben und, ja, heute war es auch teilweise regnerisch, aber so, dass man sagen kann, okay, ist noch in Ordnung, ja. Ja, mal am Abend, Freunde. Trotzdem ist er solch eine Sache für sich, aber, ja, trotzdem werde ich mich jetzt von euch, ja, wohlbemerkt von euch verabschieden, erst mal. Morgen geht es dann weiter mit Manuel am Abend, einer neuen Folge. Ich hatte heute jetzt auch nicht so viel zu sagen und ich möchte auch weiter zu diesem Thema erst mal in dieser Form nichts sagen, weil ich finde, das muss jetzt nicht sein. Und, ja, und irgendwo muss man auch noch mal dieses Thema sein lassen. Ja, ich würde dann sagen, war es das heute erst mal mit Manuel am Abend. Wir sehen uns dann morgen wieder. Macht's gut. Ciao. Ciao.